Hallo, ich bin die Mella, ich komme aus Freyong und ich schaue immer gern Sissi und die Mellis von die Minuten. Hallo, ich bin die Sabine, ich bin auch aus Freyong und ich schaue natürlich auch ganz gern die Sissi an. Hallo, ich bin die Kerstin Pötzl, komme aus Amberg, bin 48 Jahre alt und an Weihnachten schaue ich natürlich am liebsten Sissi, ist doch klar. Ja, hallo, ich bin die Urs Margret, ich bin der Meierhof, also es gehört zu Wermich-Köblitz, ich bin 49 Jahre alt und an Heiligabend, da schaue ich Sissi natürlich um. Mein Name ist Anneliese Klee, ich komme aus Amberg, bin auch in Amberg geboren. Am Heiligabend schaue ich eigentlich nicht Fernsehen, aber wenn, dann würde ich Sissi anschauen. Also, an Heiligabend, da hoffe ich, dass ich mit Geschenke auspacken beschäftigt bin. Mein Name ist Francisco Liderer und ich komme aus Freyong und Freyong. Mein Name ist Bernd Stief. Ja, am Heiligabend wird überhaupt nicht Fernsehen gesehen. Der Heiligabend ist für die Familie dran. Hi, frohe Weihnachten. Ich bin der Martin, 36 und komme ursprünglich mal aus Sülzbach-Rosenberg, bin aber mittlerweile ins Exil nach Thüringen ausgewandert und Weihnachten feiern wir mit der Familie ganz ohne Fernsehen. Frey Weihnachten, tschau.